was geht youtube mein name ist rony herzlich willkommen zu einem erneuten gta 5 online video ich entschuldige mich dass es einen monat keine gta videos gab beziehungsweise let's plays habt verständnis dankeschön viel spaß in diesem video einen guten tag meine damen und herren mein name ist rony auch heute willkommen zu einer neuen folge gta 5 online heute haben wir was ganz besonderes es ist kein clickbait ihr könnt am titel lesen es ist kein clickbait ich habe heute paar crewmitgliedern können einfach mal hallo sagen alle ich habe nämlich was ganz ganz schönes für euch ich habe eine glitch für euch habe ich von einem englischen youtuber und ich bin der erste glaube ich von den deutschen youtuber der das jetzt gefunden hat es ist kein clickbait ich kann es aber nun also ihr braucht euch für einen freund wir sind jetzt mehrere weil die anderen machen das untereinander ich würde sagen ich nehme einfach mal leon ist hier wir machen das gleich zusammen und genau leon kommt mit mir wir machen den glitch jetzt also für diesen glitch ihr kriegt wirklich 10 millionen ungefähr in fünf minuten ihr kriegt wirklich 10 millionen sehr 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 schnell ja als allererstes müsst ihr erst mal ja zum büro also wenn ihr ein büro habt ganz ehrlich kauft ist kauft es es lohnt sich ist es nicht die welt kauft euch ein büro euer freund muss aber draußen warten euer freund darf nicht mit reinkommen weil wenn euer freund mit reinkommt ist es ganz schon mal gegessen also wartet euer freund muss das mal draußen warten und ich jetzt mal rein ok ok also ihr seht die ganze crew macht das die die heute dabei sind macht das auch so ich muss jetzt hier haben mich am pc hinsetzen so und leon du musst jetzt hier experimenten spam 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 jetzt klingel mal jetzt muss ich wieder aufstehen so also euer kollege muss spammen ihr müsst euch hinsetzen wieder aufstehen danke ich an die tür hast geklingelt ja ne ja klingelt sehr schön jetzt lasse ich leon rein ja so und er muss jetzt das interaktionsmenü drücken also ich kann jetzt auch mal machen es ist nicht schlimm er muss das interaktionsmenü gehen auf stil und seine outfits die ganze zeit ändern er muss sich die ganze zeit die outfits ändern es ist nicht schlimm wie ich das mache er muss das machen und ich gehe jetzt wieder raus genau also ich muss dann wieder raus und er muss die ganze zeit die outfits wechseln du darfst nicht aufhören lernen ne du darfst wirklich nicht aufhören du musst die ganze zeit das machen so und ich verlasse jetzt ganz normal so und jetzt jetzt gut zuhören jetzt macht ihr selbstmord so springt runter und gleich wenn er wenn da steht also dass ich selbstmord gemacht habe spammt ihr x und jetzt spammt ihr x 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 die ganze zeit das macht ihr das macht ihr das macht ihr so meine lieben jetzt sind wir schon am ende angekommen so ähm das ende jetzt guckt jetzt müsste gleich euer interaktionsmenü richtig verbuggt sein Leon drückt mal darauf auf geht's auf 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 Bis zum nächsten Mal.